Hermann Karl Bruno von François war ein preußischer General der Infanterie im Ersten Weltkrieg. Leben, Herkunft Hermann war der Sohn des späteren preußischen Generalmajors Bruno von François und dessen Ehefrau Marie Amalie Helene, geborene von Wenzel. Der jüngere Bruder Hugo fiel in Deutsch-Südwestafrika während der Kämpfe gegen die Herero. Der ältere Bruder Kurt war führend an der Erwerbung und kartografischen Erfassung der Kolonie Deutsch-Südwestafrika beteiligt. Militärkarriere François besuchte die Kadettenanstalten in Walstadt und Großlichterfelde. Er fungierte als Page von Kaiser Wilhelm I. und trat am 15. April 1875 als Selkon der Leutnant in das 1. Garderegiment zu Fuß der preußischen Armee ein. Am 1. Oktober 1884 kommandierte man ihn zur weiteren Ausbildung an die Kriegsakademie. Nach drei Jahren verließ er diese als Hauptmann im Generalstab. Als Berufssoldat durchlief François anschließend die typische Stufenleiter militärischer Kommandos. Seit 18. April 1901 war er Oberstleutnant. Am 18. April 1903 wurde er Oberst und führte ab 24. August 1904 Dekasekunden Königin Elisabeth Gade Grenadierregiment Nummer 3 in Charlottenburg. Am 18. November 1907 beauftragte man ihn mit der Führung der 49. Infanteriebrigade und ernannte François am 27. Januar 1908 mit seiner Beförderung. Zum Generalmajor, zum Kommandeur dieses Großverbandes. Daran schloss sich mit seiner Beförderung zum Generalleutnant am 20. März 1911 seine Ernennung zum Kommandeur der 13. Division in Münster an. Am 19. August 1913 wurde er zum General der Infanterie befördert und übernahm am 1. Oktober 1913 als Kommandierender General das I. Armeekorps in Königsberg. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs stand das I. Korps im Verband der 8. Armee in Ostpreußen. François erregte schon in den ersten Krieg starken Aufsehen durch eigenwillige Entscheidungen, die oft Befehlsverweigerungen nahe kamen. So postierte er sein Kur gegen die ausdrückliche Anweisung seines Vorgesetzten von Pritwitz direkt an der Grenze und nahm das Gefecht bei Steloupönen auf. Auch leitete er gegen den Befehl durch einen Angriff seines Gor die Schlacht bei Gumbinnen ein, die als taktisches Part immerhin zu einer Art Propaganda-Erfolg für die Russen wurde. Im Laufe der Schlacht von Tannenberg Ende August 1914 verweigerte er zweimal direkte Befehle des Oberbefehlshabers der 8. Armee Hindenburg und seines Generalstabschefs Ludendorff. Einerseits verzögerte er den Angriff seines Gor bei dem Gefecht von USA um zwei Tage, andererseits ignorierte er jeden Befehl, den dann gestarteten Angriff im Zuge einer Konsolidierung zu beschränken. Die Meinungen der Militärgeschichtsschreibung über François Beitrag zum Sieg in Ostpreußen gehen auseinander. Manche sehen in seinem Verhalten einen günstigen Unfall innerhalb des Befehlssystems der 8. Armee. Andere wie Alexander Solzschnitzin betrachten ihn als strategischen Visionär. Nach der Schlacht an den Masurischen Seen erhielt er am 8. Oktober 1914 für einen Monat den Oberbefehl der 8. Armee, da er durch sein forsches Vorgehen den Kaiser beeindruckt hatte. Inwieweit sein Verhalten das Verhältnis zu dem als faktischer Kommandeur der Ostfront ihm übergeordneten Generalmajor Ludendorff belastete, ist unklar, am 24. Dezember 1914 übernahm er die Führung des neu aufgestellten XXXXI Reserve Corps. Nach Einsätzen in der PKD wurde sein Verband im April 1915 nach Galicien verlegt und nahm Anfang Mai im Verband der 11. Armee an der Durchbruchsschlacht von Gerleis Tarno teil. Hier erhielt er für die Leistung seiner Einheiten den Orden Purlemerit verliehen. Nach der Rückeroberung von Lemberg gab er das XXXXI Reserve Corps wieder ab, verließ die Ostfront und übernahm am 29. Juni 1915 im Westen die Führung des 7. Armee Corps. Dieses Corps wurde ab Juni 1916 bei der 5. Armee in der Schlacht um Fadon verwendet. General François übernahm Mitte Juli 1916 zudem die Führung der westlichen Angriffsgruppe an der Maas. Wegen seiner Leistungen vor Fadon und dem Einsatz seines Corps in der zweiten Eisner Schlacht wurde ihm im Juli 1917 der Purlemerit mit Eichenlaub verliehen. Ende Mai 1918 beteiligte sich sein Corps an der Offensive der 7. Armee im Abschnitt zwischen So Assange und Reims. Nach der alliierten Gegenoffensive musste er sein Corps aber Mitte Juni auf Neuion zurücknehmen. Am 6. Juli 1918 gab er die Führung des 7. Corps ab und wurde à la suite des Königin Elisabeth Garde Grenadier Regiments Nummer 3 sowie am 14. Oktober 1918 unter Verleihung des Großkreuzes Roten Adlerordens mit Eichenlaub und Schwertern zur Disposition gestellt. Nach seiner Verabschiedung verfasste François eine Reihe von kriegswissenschaftlichen Schriften und wurde für seine Verdienste am 20. Mai 1925 von der Universität Tübingen mit der Ehrendoktorwürde geehrt. Auszeichnungen Kronenordne Klasse Preußisches Dienstauszeichnungskreuz Ehrenkonturkreuz des Fürstlichen Hausordens von Hohensollern Kontur II Klasse des Hausordens Albrechts des Bären Kommandeur I Klasse des Ordens vom Zieringer Löwen Bayerischer Militärverdienstorden II Klasse Kontur I Klasse des Großherzoglich-Hessischen Philippsordens Ehrenkreuz I Klasse des Lepischen Hausordens Ehrenkreuz II Klasse des Reussischen Ehrenkreuzes Kontur II Klasse des Herzoglich-Sachsen-Ernestinischen Hausordens Ehrenkreuz von Schwarzburg II Klasse Chilenischer Verdienstorden I Klasse Kommandeur des Erlöserordens Kontur des Ritterordens der Heiligen Mauritius und Lazarus Schwarzer Adlerorden Eisernes Kreuz II und I Klasse 10 11 14 14 15 14 15 15 18 Untertitelung des ZDF, 2020